ja herzlich willkommen zum täglichen gedanken vom dankfeld gesegnet sein mit gottessegen bilder für die seele ein augenblick besinnung für jeden tag von 13 november hören immer sollte in uns die stille sein die nach der ewigkeit hin offen steht und horch romano urdini danke fürs zuhören gesegnet sein mit gottessegen ehvater